Best of Swiss Gastro ist darum so wichtig, weil es eben eine Zusammenfassung, eine Plattform, eine Möglichkeit gibt, sich für alle Gastronomen miteinander zu treffen, auszutauschen und am Schluss aber auch Publizität zu gewinnen, also Bekanntheit zu gewinnen, vor allem für neue Ankömmlinge in dieser Branche. Wir haben es heute Abend gesehen, da hatten ein paar ganz neue Gastronomen dabei, die plötzlich einen riesigen Erfolg führen. Das zeichnet der Anlass aus. Untertitelung des ZDF, 2020